Weiter geht es mit New Super Mario Bros. You und aus irgendeinem Grund hat dieser lila Spacko unserem Toad sein super duper Lieblingsdingi klaut und das wollen wir uns wiederholen. Da ist er! Mopsy! Okay, jetzt wird's spannend. Wie kann man nur Mopsy heißen? So, jetzt geht's wohl darum, so gut wie möglich das Ganze hier, also so schnell wie möglich das Ganze zu machen. Wow, 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 wow! Boah, der ist aber auch ganz schön schnell, muss ich sagen. Aber dich kriege ich, dich kriege ich, dich kriege ich. Gott sei Dank habe ich den Feuerball, das macht's erheblich einfacher. Oh, aber hier muss ich warten. Ah, scheiße. Das ist ja mal ätzend. Da musste ich jetzt leider warten, aber er ist Gott sei Dank an dieser Stelle etwas langsamer. Und ich kann ihn verletzen, sehe ich gerade. Komm, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Zack! Und da haben wir einen Mopsy geschnappt! Musste zwar meine Feuerblume dafür hergeben, aber das war es mir wert. Mein Zeug! Tausend Dank! Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit! Ja, was bist du denn? So, Mopsy erstmal rausgekickt und das hier ist neu. Was ist das denn? Soll das die... Hä? Ich weiß, du wüsstest jetzt gerade gar nicht. Keine Ahnung. Finden wir noch raus! So, Mopsy ist geschnappt. Und jetzt hat... Haha, ihr wisst genau, was kommt. Ich muss es nochmal versuchen. Baby Yashi! Noch ein letztes Mal. Also, naja. Ich muss es versuchen. Ende der Diskussion. Und ich verspreche euch, ich schmeiß ihn nicht weg. Ich schmeiß ihn nicht weg diesmal. Hehe. Weil nur daran scheitert es nämlich, dass ich ihn permanent die ganze Zeit übelst krank wegschmeiß. Bei dem einen Flug. Und das möchte ich diesmal einfach nicht machen. Ich weiß es nicht, warum ich ihn da aus Reflex immer wegschmeiß. Da überkommt mich immer die Angst. Oha! Okay, machen wir ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So, nochmal schön hier ein bisschen was abgreifen. So, Midwaypoint. Die andere war jetzt doch da drüben, ne? Wir haben es jetzt gerade eben nämlich... An dieser Stelle haben wir Yoshi nämlich immer weggeschmissen. So, wo war die jetzt? Ne, da war die nicht. War die dann weiter da drüben? Tja, jetzt müsste man das halt nochmal wissen, ne? Hä? Wo war die denn jetzt? Die dritte haben wir schon gesammelt? Verdammt, ich hab gar nicht drauf geachtet. Das war die erste. Hier war doch dann irgendwo die zweite. Das war die, die da unten irgendwo war, die ich bisher nie gekriegt hab. Beziehungsweise nicht ohne zu sterben. Hätte ich schwören können, die war jetzt dann hier irgendwo. Hä? Die kann doch nicht nach dem Midwaypoint kommen, oder? Ach, da ist sie. Wie konnte ich dann bitte schon... Ach! Oh! Ja, ich hab die dritte ja doch nur schon mal, weil wir das Level schon mal beendet haben. Boah, sorry. Das hat mich grad mega verwirrt. Ja, natürlich. Deswegen, ja. Der Midwaypoint. So. Und jetzt halt. Kein Scheiß bauen. Kein Scheiß bauen. Runterspringen. Und nach oben. So. Und jetzt muss ich das Level einfach nur noch schaffen. Guck mal. Wir kriegen so nochmal ein One-Up. Und jetzt fliegen wir einfach rüber mit Schmackes. Das schaffen wir. Weh, ich stürze es hier irgendwo in Tod. Aber das schaffen wir wirklich. Yes! Oh Mann! Wir haben es endlich geschafft. Das war ja jetzt wirklich schlimm genug mit den ganzen vielen Fails. Aber immerhin, Level endlich zu 100% abgeschlossen. Und damit kann ich nun auch endlich das zeigen, was mich die ganze Zeit schon so beschäftigt hat. Nämlich, wenn ich ins Menü gehe, kann ich euch zeigen, dass wir alle Sternmünzen in Eichenhain haben. Und jetzt geht es weiter zurück in die Sandkuchenwüste, wo wir bereits auch schon ein Level erfolgreich abgeschlossen haben. Aus irgendeinem Grund bin ich jetzt da lang gelaufen und muss mich jetzt einem im Kampf stellen. Diesmal sind es ja vier. Beim letzten Mal waren es doch nicht vier, sondern nur drei. Ist ja interessant. So, dann komm mal her. Okay, das hat sich dann wohl erledigt. Ach, das kommt nochmal. Ja, ansonsten hätte man sich auch nur noch in den Tod stürzen können. Das ist natürlich unpraktisch. Geil, dass ich jetzt hier mit Yoshi rumlaufe. Das ist absolut unnötig. Aber naja, gut. Ach, weißt du was? Äh! Ich dachte jetzt, allen Ernstes, wir können ihn treffen. Ja, ansonsten stelle ich mich halt einfach... WTF, warum hat er das jetzt gemacht? Ahaha, Zeit abgelaufen! Scheiße! Habe ich gar nicht drauf geachtet, dass es auch noch eine Zeit gibt. Netter Fail. Egal! Also, zurück in die Sandkuchenwüste. Und hier haben wir noch ein Toad House. Das wir auf jeden Fall mal jetzt besuchen. Da kam mir dieser Mopsi her. So, und diesmal muss ich einfach nur noch... Jetzt meint es nämlich ganz anders. Ich beobachte jetzt nämlich einfach, wo der Bowser hinfliegt. Und wenn ich weiß, wo der Bowser ist, weiß ich, wo die anderen zwei sind. Ich weiß nicht, warum ich es mir beim letzten Mal so schwer gemacht habe. Und den Stern gesucht habe. So, Nummer 1, Nummer 2. Was ist denn daran so schwer? Das hat sich wirklich gelohnt. Ein Stern und ein One-Up-Pilz. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Yeah! So. Das Toad House verschwindet. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, nach links und nach rechts zu gehen. Entweder zu Party in der Poké-Höhle. Oder Loch der Loderschlangen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die... Naja, wir gehen hier hin. In die Loderschlangen. Ins Loch der Loderschlangen. Ah, ich brauche gar kein Item. Wir gucken uns das Level erstmal so an. Und dann schauen wir mal. Ah, die epische Wüstenmusik. Ich feiere sie so. So. Ah, schade. Ich dachte, ich schaffe es. Komm schon, rein mit dir. Und damit sind wir endlich mal wieder in der... Oh mein Gott. In der Unterwelt. Oh nein. Ein Level, das sich mit Licht... Aber ich habe mir schon gedacht, dass da was ist. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Holy shit! Wie groß er ist. Wie groß er ist. Wah. Wah. Okay. Wow. Das war knapp. So. Ich muss mich jetzt hier an den Lampen orientieren. Mache ich ja nicht so gerne. Also ich stehe überhaupt nicht auf solche Level. Die irgendwie ganz düster sind. So. Wenn es da noch nach oben geht. Jetzt müsste man halt selber einen Feuerball haben. Das wäre extremst geil. Huah. So. Ganz vorsichtig. Okay. So. Du verschwindest jetzt einfach mal. Ich schaue mir an. Ich kann hier nicht rein. Okay. Hier auch nicht. So. Wie komme ich jetzt da hin? Am besten hier langlaufen. Man muss halt echt Obacht geben. Weil jeder Schritt könnte der Tod bedeuten. Geil. Ein Baby Yoshi. Jetzt kommen sie sogar schon innerhalb der Level. Und eine Eisblume. Das ist ja optimal. Die kann ich aber nicht nutzen, wenn ich Baby Yoshi habe. Baby Yoshi könnte mich allerdings in diversen Situationen retten. Zum Beispiel, wenn ich eben mal einen Schritt daneben sitze und runter falle. Scheiße. Achso. Das ist ja cool. Der kann einfach leuchten. Und. Gib mir her. Ja. Geil. Der kann leuchten. Und da dachte ich mir doch, dass wir hier irgendwas haben. Ein One-Up. Naja. Gut. Okay. Das ist praktisch, wenn der leuchtet. Ah, wir müssen das immer machen. Wir müssen diesen Sprung machen. Und dann haben wir die Möglichkeit, hier etwas mehr zu sehen. So ist da unten irgendwas. Da unten muss irgendwas sein. Okay. Das macht es in der Tat ein bisschen einfacher mit dem Yoshi. Oh nein. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Egal. Wir können einfach hier hoch. Verdammt. Nein. Jetzt habe ich es mir endgültig verkackt. Ah, Mist. Gut. Dann geht es ohne weiter. Oh, jetzt muss ich wieder mega aufpassen. Vor allem, wenn überhaupt gar kein Licht in der Nähe ist. Weil das ist ja wirklich ganz schön mager. Mit Waypoint und noch nicht eine Yoshi-Coin. Scheiße. Das ist ein mega schlechtes Zeichen. Gut. Dass es da weiter ging, war jetzt auch schon fast Glück, dass ich das erreicht habe. Oh, jetzt geht die Scheiße wieder los. Aha. Da hatten wir was in der Mitte. Habe ich mir schon fast gedacht. Aber es war wahrscheinlich nur ein One-Up, kann es sein. Da müssen wir jetzt nochmal rein. Hier, wenn wir jetzt im Übrigen den Stern nehmen würden, dann würden wir für kurze Zeit das gesamte Level sehen. Also als wäre es nie dunkel gewesen. Für alle, die das nicht wussten. Gehe ich jetzt hier wirklich nur für den One-Up-Pilz rein? Ich finde es mega gemein, dass man hier sonst nichts machen kann. Ich würde jetzt in die Mitte laufen. Ja, Tatsache. Nur für den One-Up-Pilz. Das ist natürlich schon ganz schön mager. Aber naja, was soll's. Jetzt haben wir wenigstens unser One-Up wieder. So, und jetzt heißt es wieder ganz vorsichtig. Ja, Gott sei Dank. Puh, das macht die ganze Sache deutlich einfacher. Hier nehme ich an, kann ich rein. Das ist ja saucool, dass die Yoshis dann alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Hier könnte ich auch noch irgendwas aktivieren. Aber ich schau erst mal, was hier ist. Nerd. Achso, essen kann er die aber auch, die Gegner. Hui, das macht's ja wirklich einfacher. Finde ich gut. So, hier ist nichts. Aber immer noch nicht eine Starcoin. Das ist definitiv verrückt. Oh, oh, gib Gas. Yes. Und wieder ein One-Up-Pilz für uns. Oh, nee, diesmal gibt's ein Item. Damit kann ich auch leben. Ops. Boah, das war Glück, würde ich fast schon sagen. So geht's hier irgendwo rein. Ich glaube, ich kann mit den Yoshis gar nicht rein, ne? Oh, das Feuer kann er ja auch einfach essen. Und dann bin ich ja wirklich total safe vor denen. Aber da ist doch bestimmt noch irgendwo mehr. Na toll, jetzt bin ich natürlich genauer reingesprungen. Mein Gott. Aber zum Beispiel hier haben wir eine Röhre. So, was haben wir hier drin? Okay, endlich die Starcoin, die ich schon die ganze Zeit vermutet habe. Aber es ist bestimmt die zweite oder so. Oh, die letzte! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss von Anfang an mit diesem Baby Yoshi hier in das Level rein. Weil ansonsten wird das eher nichts, vermute ich mal. Ja, dann brauchen wir jetzt natürlich nicht lange suchen. Ja, das ist eh das Ende des Levels. Das heißt, ich schaue jetzt mal, dass ich mit Yoshi hier irgendwie rauskomme. Scheiße, aber den lasse ich dann los, wenn ich im Ziel bin. Oder? Oder wartet der am Ende auf mich? Kommst du bitte mit? Hm, tut er nicht. Tut er nicht, das ist äußerst ungünstig. Ähm, ich nutze einfach mal die Chance. Und Gehe jetzt nochmal rein. Von Anfang an alles behält. Ich renne jetzt mehr oder weniger durch. Muss jetzt natürlich Gas geben. Weil der Stern hält ja nicht ewig. So, jetzt sehen wir nämlich alles. Ob ich vielleicht irgendwie gleich am Anfang was finde. Scheiße, aber irgendwie habe ich nichts gesehen. Das ist jetzt nicht ganz so günstig. Dann muss ich folgendes machen. Dann muss ich jetzt warten, bis dieser... Hier ist ja schon der Midwaypoint. Ich muss mega viel übersehen haben. Wann kam denn der Yoshi? Kam der nach dem Midwaypoint? Da ist er. Das heißt nämlich, dass ich mir den jetzt schnappen muss und nochmal zurücklaufen muss. Damit ich einfach mehr sehe. Weil hier irgendwo müssen zwei von diesen verdammten Star-Coins sein. Ich meine, zwei ist ja schon eine ganz schöne Anzahl, ne? Das heißt... Das Problem ist halt nur, es kann jetzt auch noch in irgendeiner Röhre sein, in die ich ja nicht rein kann, sobald ich ihn habe. Na, komm schon, Mann. Okay, nur ein Warn-Up-Pilz. Das heißt, ich kann jetzt die ganzen Röhre natürlich nicht testen. Aber da oben haben wir doch schon mal noch irgendwas. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, ja. Vor die habe ich ja mittlerweile keine Angst mehr. So, jetzt muss ich dann noch irgendwie hochkommen. Komm! Ach Gott, das war ein ganz schlechter Sprung. Okay, soviel zum Thema. Oh, komm schon. Ja, ich meine... Ja, da haben wir was. Also, jetzt wissen wir schon mal, das ist die erste. Die erste. Also muss kurz... Also muss beim Midwaypoint quasi irgendwas kommen. Und ich gehe ja schwer davon aus, dass es irgendwo noch in der Röhre ist. Oh, das war jetzt gemein. Scheiße, und jetzt ist die Münze noch nicht mal gespeichert, ne? Okay. Ich würde sagen, ich schaffe das jetzt einfach mal. Das machen wir in diesem Part noch. Weil das war ja schon eher schwach. Ach, scheiße, dann starte ich ja beim Midwaypoint. Obwohl, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist vielleicht wirklich gar nicht so schlecht. Ich muss halt dann nur den Rest des Levels halt perfekt schaffen. Aber das würde ich sagen, ist gar nicht mal so wild. Weil solange ich den Yoshi habe, bin ich ja eigentlich relativ sicher. Muss man jetzt hier ja schon die Items immer schnappen. Ach, hier wäre auch noch ein Yoshi drin gewesen. Genau. So, und jetzt heißt es dann wieder da irgendwie hoch. Das werden wir aber jetzt auf jeden Fall hinkriegen. So, warten, bis es an der... Scheiße. Ja, konnte ich ja nicht ahnen, dass es genau in dem Moment groß wird. Achtung, jetzt wird er groß. Ach, ich kann den auch einfach essen? Achso. Ja, das macht es sehr einfach. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich den auch einfach essen kann? So, jetzt hat... Alles klar. Also den Starcoin haben wir wieder. Der ist ja wirklich jetzt nicht so schwer. Weil man weiß, wo er ist. So, und dann jetzt geht es mir nur um den danach noch. Da haben wir gesagt, ist nichts mehr, ne? Oh, nein, 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 nein was ist, aber es scheint tatsächlich nicht so. So, da unten war es auch nicht, haben wir gesagt. Das heißt, rein theoretisch könnte es jetzt echt nur noch hier sein, dass da noch irgendwas ist, was ich übersehen habe. Weil ansonsten haben wir langsam nicht mehr viele Möglichkeiten. Die einzige Idee, die ich noch habe, ist, dass ich in der Röhre nicht drin war. Aber wie komme ich... Ah, warte mal. Aha! Das muss ich einfach ohne Baby Yoshi machen. Ach, der Feuertöte kommt mir sogar hinterher. Wie geil ist denn das? Das ist ja wirklich Weltklasse. So, P-Switch aktivieren. Essen. Starcoin holen. Und jetzt so schnell wie möglich das Level schaffen, weil ich muss es jetzt schaffen. Mit Waypoint oder so habe ich ja nicht. So, das heißt, auf solche Sachen wird natürlich geschissen. So, ich kann nicht einfach essen, ne? Dann habe ich ja überhaupt gar keine Sorgen. Dann habe ich nur noch Angst, dass ich irgendwo runterfalle. Und ich sage einfach mal, das passiert nicht. mir egal, mir egal, mir egal, mir egal, mir egal. Und hier müsste jetzt eh das Ende das Level sein. Ja! Geil! Dann haben wir es ja doch noch geschafft. Gut, ich könnte jetzt rein theoretisch natürlich hier noch verrecken, aber das wollen wir jetzt einfach mal nicht glauben. Und damit haben wir auch in diesem Level letztendlich unsere drei Sterne dann bekommen. Und kriegen noch einen weiteren One-Up. 25 Leben habe ich mittlerweile. Also ich würde sagen... Hä? Hey? Was sagt... Jo! Tausend Dank für deine Hilfe. Greif zu. Was für eine Hilfe. Okay. Keine Ahnung, was ich jetzt gerade gemacht habe, aber es scheint sich jetzt doppelt und dreifach gelohnt zu haben. Das finde ich super. Dankeschön für die Feuerblume. Jawohl! Dann haben wir Level 3 quasi geschafft. Wir gehen jetzt zurück zu Level 2, zur Party in der Poké-Höhle. Und das sehen wir im nächsten Bar von New Super Mario Bros. Juhu!